Eskalante Gute Schuss Er ist zur Stelle, schöne Aktion Und Hextoß Jetzt vielleicht Mit Julian Und jetzt ist Schuss Tor um 1 in dieser Partie Die verdiente Führung Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff Bisher haben ja nur die Tore gefehlt Kurze Distanz, kein Thema für ihn Das macht er gern so Er ist frei, da kann was draus werden Da schießt er Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke Gute Flanke Der geht nicht rein Super Chance, was für ein Ziel Zerchi Enrich Schöner Pass Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt das Spiel aufziehen Da geht er mal zum Gegner Da geht er mal zum Gegner Und weil es so schön war Eine neue Ecke Jetzt vielleicht Und das war verdammt knapp Richtig gute Möglichkeit Wirklich eine klasse Szene Ecke Jetzt müssen sie aufpassen Hier spielt er steil Fahrt erstmal weg Gute Aktion Wieder im Tor aus Wieder im Tor aus Wieder im Tor aus Wieder im Tor aus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss